Ganz, ganz herzliches Hallo zur mittlerweile 38. Folge Easy Platin. Nein, ich war in den letzten Tagen etwas schluderig, das gebe ich zu, aufgrund des großen Livestreams auf Twitch bezüglich Saints Row 2022 Version Reboot. Und ja, es gibt doch nichts besseres gerade, als The Golden Age mal wieder für euch kleine Pleichenjäger zu zocken, weil ich persönlich glaube, dass Saints Row niemals Goldstatus erreichen wird. Ich glaube, das ist auch in der Pre-Alpha. Ja, kurze Rede, kurzer Sinn. Das Ding gibt es für 1,49 Euro einmal im EU-Store, einmal im Nord-American-Store, jeweils als Playstation 4 und Playstation 5 Variante. Genau, was müsst ihr hier machen? Ihr kennt das. Wir drücken den Start. Und jetzt klöppeln wir mit X erstmal ordentlich durch. Bauen hier ein bisschen Gold ab. Ich glaube, 14 Goldprofilen gibt es insgesamt zum Abräumen. Alles keine große Kunst hier. So, jetzt gehen wir mal mit der R1-Taste in die Schmiede. Wir kloppen da unser Erz rein, um es zu barren zu wandeln. Und ich glaube, wenn wir... Warte, ich gucke mal jetzt kurz. Also für 20 bekommen wir das Autosmeld, das Wien-Upgrade für 50. Ist übrigens immer noch die Kupferfarbe vom ersten Teil. Ja, was soll man dazu sagen? Also holen wir uns jetzt mal hier mit 20, da ist auch schon die erste Trophäe, den Automelder, Smelder. Was der macht, sehen wir, wenn wir jetzt wieder in die Mine gehen und hier weiterklopfen. Seht ihr, dass oben rechts die Barren von alleine gegossen werden. Die R. So, kloppen wir uns hier noch kurz blöde. Wir gehen mal wieder rüber, weil wir wollen ja unseren Ofen upgraden. Und das machen wir natürlich ganz fix, ganz schnell. Da ist schon wieder die nächste Trophäe. Wie gesagt, ist hier alles kein Kunststück. Macht euch da keine Sorgen, dass ihr da irgendwas verpassen könnt. Ist straightforward. So, jetzt summiert sich das natürlich ganz, ganz schnell. Da haben wir auch... Ne, 100 brauchen wir nochmal für das nächste Upgrade. Ich glaube, man kann das Spiel auch ganz komplett ohne Upgrade. Spielen. Aber so geht es einfach schneller. So, 100 haben wir hier drin. Ich glaube, ein bisschen ernst müssten wir noch klopfen gehen. Und dann sind wir hier auch gleich durch mit der ganzen Fiste. Und ihr habt dann... Da haben wir es schon. The Golden Age. Also 220 Gold Barren ungefähr braucht ihr. Das war es auch schon. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt spektakulär. Aber immerhin ist... Ich versuche mal daran zu denken, die Easy Platins weiterzumachen. Neben den ganzen Let's Plays auf Twitch. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Schreibt einen Kommentar. Und was richtig, richtig geil wäre, wäre ein Abo von euch. Damit unterstützt ihr nämlich diesen ganzen Kanal hier. Und wir freuen uns auf ganz, ganz viele weitere Videos. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Video mit euch, wenn es wieder heißt Easy Platin. Ansonsten schaut gerne auch mal auf Twitch vorbei. Den Link gibt es in der Description. Alles klar. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und viel Spaß mit eurer neuen Platin. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.